Musik Vergessen Sie die Sicht der Dinge. Und dann machen wir jetzt mal folgendes. Da visualisieren wir mal gerade einen Tisch, eine Tischplatte, die wir uns von oben anschauen. Und auf diesem Tisch steht hier eine Flasche und hier steht das Glas dazu. Das heißt, Ihre Perspektive passt. Und jetzt sagt der Erste, der sitzt hier, ja, sehe ich, hier ist die Flasche und hier ist das Glas. Sehen wir alle, oder? Passt. Der Zweite sagt, naja, ganz so ist es nicht. Das Glas steht vor der Flasche. Der Dritte sagt, nee, rechts ist das Glas und links ist die Flasche. Und der Vierte, der versteht die ganze Diskussion nicht, welches Glas. Es könnte sein, dass Ihr Kunde die Notwendigkeit Ihres Produktes, Ihrer Dienstleistung zu Beginn eines Gesprächs unter Umständen nicht sieht. Sie wiederum schauen natürlich völlig anders drauf. Wie oft passiert es, dass Sie zu oft, zu schnell die Türen ganz weit aufmachen? Kommt alle rein. Und Ihr Produkt, Ihre Dienstleistung verliert an Attraktivität. Es muss verknappt werden. Ich bin der Haustrainer von VW, verantwortlich für die Kampagne, die Sie hoffentlich auch mitbekommen haben. Der neue GTI ist erst empfohlen ab dem 21. Lebensjahr. Und noch nie war die Nachfrage von 18 bis 21 Jahren so groß wie im Moment. Und wenn Sie das schaffen, brauchen Sie wirklich nichts anderes mehr, keine Akquise mehr. Dann arbeiten Sie auf Empfehlungsbasis. Und noch nie war die Nachfrage von 18 bis 21 Jahren. Und noch nie war die Nachfrage von 18 bis 21 Jahren.